Denn zusammen singen wir stärker! Hallo und willkommen bei Cappella Academy. Weiter geht's mit unserer Serie zur Musiklehre. Ganz am Anfang haben wir die Notenwerte kennengelernt, also ganze, halbe, viertel, achtel und so weiter. Vielleicht fragt ihr euch, ob es auch Notenwerte dazwischen gibt, also zum Beispiel nicht nur halbe und ganze Noten, sondern zum Beispiel dreiviertel Noten. Genau darum geht es heute. Und wir schauen uns noch ein bisschen mehr an. Wenn man hinter den Notenkopf einer Note einen Punkt setzt, verändert das den Notenwert. Der Ton wird um die Hälfte seines eigenen Notenwertes verlängert. Aus einer halben Note wird durch den Punkt, also eine Note, die gerade so lang ist wie eine halbe und die Hälfte einer halben Note, also eine Viertelnote, zusammen. Wenn man nachrechnet, kommt man auf ein Halb plus ein Viertel gleich Dreiviertel. Das ist also eine Dreiviertelnote. Häufig verwendet man auch den Begriff punktierte halbe Note. Beide Bezeichnungen sind gebräuchlich. Das funktioniert auch bei anderen Notenwerten. Aus einer Viertelnote wird durch den Punkt hinter dem Notenkopf eine Note, die gerade so lang ist wie eine Viertel und eine Achtel zusammen. Die punktierte Viertelnote kann man also auch als drei Achtelnote bezeichnen. Häufig treten punktierte Noten in Kombination mit einer Note des nächst kürzeren Notenwertes auf. Zum Beispiel eine punktierte Viertelnote mit anschließender Achtel. Von Alle Vögel sind schon da bis Alle Jahre wieder begegnet einem das alle paar Takte. Eine ganz andere Teilung von Notenwerten ermöglicht die sogenannte Triole. Die Bezeichnung leitet sich von dem lateinischen Zahlwort TRIA für 3 ab. Und das weist schon in die richtige Richtung. Schauen wir noch einmal auf alle Notenwerte, die wir kennen. Bei der bisherigen regulären Teilung werden die Notenwerte halbiert. Ganze, halbe, Viertel, Achtelnoten und so weiter. Bei einer Triole wird der Notenwert dagegen in drei gleiche Teile geteilt. Und das geht so. Schauen wir uns diese drei Achtelnoten an. Sind sie durch eine eckige Klammer verbunden, in der eine 3 enthalten ist, werden sie zur Triole. Der Notenwert jeder einzelnen Achtelnote verkürzt sich so, dass die drei Noten zusammen so lang sind wie zwei normale Achtelnoten oder eben eine Viertelnote. Bei drei Achtelnoten, die mit einem Balken verbunden sind, kann man die Klammer auch weglassen. Dann steht einfach eine kleine 3 über dem verbindenden Balken. Bei beiden Schreibweisen ist die Wirkung gleich. Die drei Noten teilen sich den Notenwert einer Viertelnote und sind dabei gleich lang. So wie bei dem Spiritual Amazing Grace. Eine letzte Sache noch. In der Schreibweise droht Verwechslungsgefahr. Bei einer Triole mit einer Klammer steht immer die Ziffer 3, und zwar mitten in der Klammer, die dafür unterbrochen wird. Nach der Ziffer steht kein Punkt. Bei Wiederholungen gibt es zwar ebenfalls eckige Klammern, die sogenannten Wolkenklammern, aber die stehen immer rund um ein schließendes Wiederholungszeichen. Bei ihnen gibt es meist nur die Ziffern 1 und 2, die stehen auch immer unter der Klammer, und nach den Ziffern steht immer ein Punkt. Diese neuen Notenwerte, die machen die charakteristischen Rhythmen der Musik eigentlich erst möglich. Im Abschnitt Rhythmik und Gehörbildung werden wir uns noch genauer damit beschäftigen. Die Zeichen und Symbole, die solltest du allerdings schon vorher erkennen, dann fällt es dir später leichter. Natürlich gibt es dafür wieder ein Quiz. Den Link findest du wie immer unter diesem Video. Viel Spaß damit und bis bald. Wir hören uns.